F1. Sättig. Ja, warte mal. Mach ich auch mal F1. Haken auf Show Gameplay-Tipps aus dem Button vor dem Screen beim Sättig. Der Haken ist dafür da, dass du Spiele-Tipps kriegst, während du Spectaker bist. Der Haken kann rein, du musst unten gucken. Bei Gameplay-Settings, das ist blau unterlegt, Gameplay-Settings, der zweite Punkt quasi. Du kannst runterscrollen. Scroll mal ganz nach unten mit dem Scroll-Balken, ganz nach unten scrollen. Und dann hast du da ein Häkchen Spectate-Only-Mode in Klammern Always-Stay-Spectator. Na gut. Ist da ein Häkchen drin? Da ist der Haken raus. Ach so, jetzt. Hättest du also schon vor der Stunde mitspielen können. Ist das wirklich dein Ernst? Das war's, ja. Ich find das nicht so schlimm. Mach das, Alter. Entschuldige mal, bitte. Ich bin Großvater. Ich darf das. Ich find das auch nicht. Ich hab dir das, ich hab dir das schon dreimal, dass du gesagt. Ja. Hat er nicht geschossen. Aber spür doch erstmal weiter. Gibt's doch nicht. Wer macht denn das? Ist ja doch keiner tot, Mann. Wer ist denn jetzt? Irgendwer doch nicht geschossen. Irgendwer hat er, ich hab keine Munition mehr. Aua. 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 Was macht denn die Schildkröte? Was macht denn die Schildkröte? Und warum vermehrt die sich? Die greift an. Wie, die greift an? Die greift an, wenn du in die Nähe kommst, greift sie an. Eine Schildkröte. Ja, und fügt dir Schaden zu. Aber hallo. Echt? Ja. Schöne Waffe eigentlich. Eigentlich, ja. Schöne Waffe, ja. Wie gesagt, ich bin eh ein Turtle-Nade. Oder halt, wenn man Leute auf einer gewissen... ...zusammen-Kunft-Lussert. Eno. Eno. Och Gott, bin ich Eno? Geh weg, geh weg, geh weg. Das war meine Schildkröte. Das war meine Schildkröte. Aber sowas von Eno. Ich bin so Eno, dass ich nur ein Glock habe. Ja, ich lebe, ich lebe, ich lebe. Freu mich schon wieder. Oh nein, ihr überfängt jetzt nicht an. Ich lebe noch. Ja, das war mir klar. Ich habe immer noch eine Glock. Ich bin sowas von Eno, dass ich eine Glock habe. Scheiße, wo schießt sich denn hin, Mann? Was ist denn hier los? Maikav, hast du gerade geschossen? Ja, Maikav schießt. Maikav hat geschossen. Du hast doch hier rüber geschossen. Er hat gar nicht geschossen. War das? Er war... Ey, Lodi. Er war es nicht. Warte, nein, 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 nein. Ich schmeiß meine Waffe weg. Identifiziere ihn. Ich habe... Ja, Maikav, ich mache ihn. Pass auf, pass auf, pass auf, Maikav. Kommt der echte Idee, hallo. Was ist denn hier los? Wellcry, was ist denn da los? Well? Bist du es? Nein, du bist es, du Schwein, du Schwein. Ach, das ist doch nicht. Oh, ist es wirklich Well? Hast du durch die Mauer geschossen? Ich habe doch nicht... Es gibt es schon nicht. Ich bin nur schnell um die Ecke gekommen. Ah, scheiße, Mist. So ein ärgerer Shotgun. Kannst du nichts machen. Das war lustig. Das war nichts mehr. Das war Hammer. Das war einfach nur Hammer. Das war trocken und genial gemacht. Ich verstehe nicht, warum ich jetzt erschossen wurde. Das verstehe ich. Ja, ich auch nicht. Aber danke. Ja, ich habe weder Minecraft noch habe ich Bad erschossen. Ich habe mir das alles angeguckt. Warte mal. Siebi, wie hat dich denn erwischt dann? Ey, ich habe nur noch... Das Schlimme ist, ich bin der Letzte. Ich bin der Letzte beim Karma. Ich bin der Letzte. Ich muss mich jetzt echt anstrengen. Wobei mich das wundert echt. Also es war auch eben eine beschissene Situation. Ich habe immer irgendjemanden gesehen, der jemand anders erschossen hat. Irgendwo die Pumpgun. Ich habe nur die Juk. Also die Waffen, da kommst du hier aber echt schlecht ran an die Waffen. Ja, das ist auch blöd genug. Obwohl ich die Map an sich... Ich habe hier so eine blöde... Sebi ist bei mir. Sebi ist bei mir. Bad. Die Map an sich ist recht geil. Du musst nur einfach aus deinem Gefängnis... Ganz ruhig, ganz ruhig, Bad. Bin hinter dir. Vorsichtig, vorsichtig. Ich suche immer noch eine ordentliche Waffe. Ich war jetzt noch bei mir. Ich war jetzt noch bei mir. Nordisch ist bei mir. Nordisch ist bei mir. Also, ähm... Sebi, 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 ich weiß... Hat jemand geschossen? Sebi, Sebi, Sebi... Ich bin gerade runtergefallen. Das kann auch das gewesen sein. Sebi, Sebi, Sebi... Nordi, Nordi, Nordi. Ich sag's ungern. Ich habe doch gerade gesagt, ich bin runtergefallen. Ja, 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 ja. Ihr werdet doch nicht gleich alle nervös. Doch, ich bin nervös. Warte mal ruhig, Mensch. Warum habe ich das Gefühl, das Bad diesmal nicht ist? Nein, ich bin's auch nicht. Aber... Ich kann aber gerne eine Äußerung teilen, die mir aufgefallen ist. Es ist... Also, meiner Meinung nach, es ist Malkaf. Aus einem einfachen Grund, weil Malkaf der Erste war, der sich aus der Gruppe an sich rausgeschleust hat. Okay. Nee, aber wenn's so ist, denkt er mal eine Worte, weil der sich gleich rausgeschleust hat. Das war so gewissen. Nordi, 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 Nordi Weltkrieg. Auf, 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 auf. Wer schießt? Nach draußen bei Malkaf. Malkaf Odebir chancen, der hat Auge schwimmen. Malkaf ist es nicht. Es war... Xyra auf jeden Fall. Xyra war es. Xyra ist so gut. Das war Xyra und einmal ist gestoppt. Mama, lass mich doch, dann hätte ich doch mich auch konfirmen können hier. Na super, jetzt zu spät. Nee, den trau ich dir, ansonsten hättest du ja schon geschossen. Ja. Ja, ja, also, eine von euch beiden ist garantiert, Trader, ich sie hat schon kommen. Nee, Waycrawl ist safe. Und ich hatte vor dem ersten einen Augenblick an das Gefühl, dass du bist. Oh, Rainbow. Oh, ich komm hier. Where over the rainbow? Rainbow. Gut, wir sind safe. Der nächste, der uns entgegenkommt, abknallen. Leonie ist klar. Oh, ich bin auch in der Shotgun. Crazy und Sevi habe ich bei mir. Crazy und Sevi. Ja, beide abknallen. Ja, ja. Beide abknallen. Ja, glaub ich sogar. Vorsicht, hinter uns, Sevi. Ich bin's nur. Leute. Ich bin's nur. In der Mitte, in der Mitte, in der Mitte. Ja, von rechts kommt auch noch einer. Links und rechts. Ja, hier ist eine Brandgranate in der Mitte. Das da vorne ist nordisch. Weiß ich. Wen haben wir denn hier? Sevi. Nein! Sevi, 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 Sevi. Da schießt doch irgendjemand auf mich. Wer ist denn das? Da schießt denn da. Wieso nimmst du denn noch? Warum nimmst du denn noch? Nein, nein, hier nicht. Wer war das? Ja, warum überlebe ich wohl noch? Es war nicht nordisch. War nicht nordisch? Nein, es war nicht nordisch. Es ist Sevi. Definitiv. So, wir können machen, was wir wollten. Sevi. Nein, Sevi, Schamp war auch nicht. Klick immer an. Ja, shit. Also wir drei sind es nicht, sag ich mal so. Also wir drei sind es nicht. Dann ist es Run. Ist klar, ne? Dann ist es Run. Dann wissen wir doch, wo es Run ist. Ja, und der steckt hier auf... Der steckt hier irgendwo rum. Der ist doch bestimmt hier irgendwo... Lass uns bloß zusammenbleiben, ansonsten stirbt der Nächste. Ja, lass uns zusammenbleiben, weil die Zeit läuft ja gegenwann. Ja. Wo seid ihr? Magst du mal deinen Arsch von der Treppe nehmen? Das wär nett. Wo seid ihr denn jetzt? Ich seh's nicht mehr. Ich würde gerne hochkommen, aber irgendwie... Wieso hochkommen? Ich bin draußen. Wo ist denn wo? Seid ihr drin oder wo? Seid ihr drin oder draußen? Irgendjemand hatte gerade seinen Arsch da so schön. Ah, ich bin hinter dir. Ach, du bist es. Ich bin unter dir, Bad. Wollen wir da oben bleiben? Findest du das gut? Ich weiß nicht. Du musst hier rückerspringen. Ich glaub nicht, dass das gut ist hier. Wollen wir runtergehen in den Gang und dann Rücken an Rücken stellen? Das ist vielleicht am besten, oder? Ja, gut, das sind jetzt noch... Ja, aber dann... Lass es beim Haste-Boot vielleicht noch eine Minute sein. Also er muss ja hier irgendwie auftauchen. Irgendwo muss er sein, ja? Dann komm doch mal runter. Bist du noch im Bad? Bad, komm mal runter. Ich bin jetzt unten. Wo bist du denn? Valecry, du machst dich gerade verdächtig. Also ich bin mit Crazy draußen. Wo bist du? Wieso hast du jetzt gerade so gelacht? Valecry, komm doch mal runter. Ich bin draußen. Ich bin bei Crazy. Ja, ja, eben. Genau. Ja, danke. Genau, komm mal die Treppe runter. Du bist auch ein tolles Alibi, ne? Er ist so lange Schwein. Ich bin... Ich kann... Hier ist keine Treppe. Ich kann nicht die Treppe runterkommen. Ja, nee. Den ist ja gut. Welche Treppe? Welche Treppe? Run ist es. Run ist es. Dann werden wir in wenigen Minuten sehen. Es könnte aber auch Valcry sein. Nein, könnte es nicht. Ja, ich bin auch gerade... Au, au, au. Also ich bin jetzt echt... Siehst du? Siehst du? Bad ist tot und musst du lachen. Bad ist tot. Nee, bin ich tot. Ich bin nicht tot. Ich bin nur gerade mit meinen Beinen abgerutscht. Wie? Im Spiel oder im richtigen Leben? Nee, nee. Im richtigen Leben. Also ich muss jetzt sagen... Leute, ähm... Ich glaube, ich täusche mich. Verlag mich nicht so. Ja, ich glaube jetzt auch hier. Ich hätte nicht gedacht, dass es Valcry ist, aber es ist wirklich Valcry und das hat er echt geschickt gemacht. Wieso? Wie kommst du darauf? Bad, ich finde... Ganz ehrlich, wenn ich nicht gesehen hätte, dass du die gleichen untersucht hast, würde ich jetzt spätestens auf dich schießen, weil mit so einem Spruch, ne, mit so einem Spruch, du... Nee, aber das ist echt auffällig. Also wie du dich gerade verhältst... Run ist doch noch da und er schweigt nicht. Hast du den jemals wieder gesehen, Run? Nein. Nein. Mich siehst du hier ständig. Ja. Stimmt. Nee, stimmt. Ja, aber Run könnte irgendwo, irgendwo in einem Turm oder... Run hängt hier auch irgendwo im Gemäuer oder sowas oder im Boden. Ich höre Schüsse. Wer schießt? Ich nicht. Es ist Run. Ja, natürlich ist es Run. Ich höre Schüsse. Ich komme aber auch leider nicht da irgendwie durch. Es ist definitiv Run. Wie lange dauert denn so ein Haste-Mode? Weiß ich nicht. Also wir sind jetzt, ich denke mal, eine Minute, eineinhalb Minuten... Bad, wo bist du? Ich bin im Turm. Ich bin im Turm. Alles klar, okay. Im großen Turm. Also mich kann er nicht kriegen, ohne irgendwie einen Schossenkopf zu kriegen. Im großen Turm bist du nicht. Ja, vielen Glückwunsch. Danke. Zeit aus? Zeit aus? Ja, wo warst du? Ach, eben da unten bist du? Ich kam hier nicht mehr weg. Du kommst, wenn ich von oben runterfällst, ich kommst hier nicht mehr weg. Ich habe Teleport, ich habe alles gekauft. Ich habe mir Fancy Beam versucht, in die Mitte zu hauen. In nichts. No way. Keine Chance. Du kommst da nicht weg, wenn du runterfällst. Wo denn? Wo denn? Im richtigen Leben. Das klingt so so wie... Ich wollte eigentlich eine Cypher holen. Da habe ich eine Cypher gefunden und bin die hinten runtergefahren. Oh. Ja. Ja. Ein Traitor hat schwer. Inno. 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 Jetzt bin ich Inno und beleidigt. Traitor. Wow. Irgendjemand spricht mit Ingame-Sound eben, glaube ich. Kann das sein oder nicht? Äh. Test, test, test. Nee. Du hast ein ganz komisches Echo jetzt gerade bei mir. Ja, kommst du doch lang, weißt du. Das ist das Traitor-Echo. Ich jetzt? Traitor-Echo. Das schlechte Gewissen des Traitors. Nee, das hört sich ganz komisch an auf meinen Kopfhörern gerade. Sag mal. Sag nochmal was. Was? Test, 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 test. Ja, jetzt ist wieder nochmal. Ich glaube, das Problem lag hier bei mir. So, ich bin Inno. Habe ich das schon erwähnt? Ich auch. Ja, das sagst du irgendwie immer so. Inno? Da kann ich nichts für. Moin, Gnodisch. Moin. Moin, Gnodisch. Hi, Gnodisch. Bist du lieb? Was? Warte, wann. Warte, wann. Wen haben wir da oben? Ich bin ganz lieb. Ja, war sowas von. Als ob. Wieso habe ich gerade jetzt Angst bei Sebi? 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 Ich habe über allen Noten Angst. Sebi? 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 Sebi, immer noch Sebi. Geh mir noch Sebi. Das ist ja das Schöne, das Go. Irgendwer schießt. Irgendwer schießt. Irgendwer schießt. Ja, Sebi hat auf mich geschossen. Bitte, Nachtabholge. Schlaf gut. War schön, dass du da warst. Ja, und sehen wir auch Traitor. Hängen die fest. Ach Mann. Also, einen Traitor haben wir schon. Geht mir doch mal bitte sehr alle aus dem Rücken. Übrigens, bei mir geht gerade eine Runde Mitleid für One durch den Chat. Soll ich sagen, das ist nur ein halber Zuschauer. Das ist Goro. Wenn du Goro durchaus als halben Zuschauer sehen willst, dann... Wieso kommen wir eigentlich... Goro ist ein vollwertiger Zuschauer, aber auch Mitglied des Red Packs. So, das schöne Weg heute. Run, 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 immer noch run. Run, run. Ich hab Well im Rücken. Run, run, run. Syrah? Ja, ja, ich bin nicht. Syrah? Achso, du bist hinter mir. Alles okay. Könnte sich mal jemand von euch abknallen? Hieß auf. Nee, Wellquall. Malka, pass auf, pass auf. Ich schieße Xyra ab und dann untersuche ich sie und dann siehst du, dass ich hier nur bin. Was hältst du davon? Hallo, ich bin unschuldig. Äh... Ja, ich auch. Ich wollte es aber beweisen. Wer ist unschuldig? Wer ist unschuldig? Ich bin unschuldig. Das geht dich gar nichts an, wer hier ist. Syrah, was ist denn davon? Wir knallen Well ab und dann überlegen wir uns, wer ihn untersucht. Ich bin aber... Nein, das ist meine Idee gewesen. Das ist meine Idee gewesen. Wer ist da oben im Turm gewesen? Und warum? Oben im Turm bin ich gerade. Oben im Turm bin ich gerade. Das ist immer verdächtig. Und ich komm hier nicht hoch. Wieso komm ich hier nicht hoch? Weil du dann eine Sniper-Position hast. Chrissy, warum bist du verletzt? Warum bist du verletzt? Ja, weil ich eben mit Sebi gekämpft habe und getötet und er war Traitor. Ja, will ich mal glauben. Sebi ist Traitor oder? War Traitor. Achso, war. Ist tot. Will ich mal glauben. Wie nübär. Aber hörst du mal auf, auf mich zu ziehen. Hinter dir ist... Ja, ja. Hinter dir ist Bad. Bad ist es, Bad. Ah, nee. Schade, das hätte so schon klappt. Wenn ich euch beide optimal erwischt hätte, ne? Dann wären immer noch Nordisch-Malkaf und ich hinter dir gewesen. Also nachher die Videos angucken, sehen sie, dass du immer die Wahrheit gesagt hast. Bist der Vertrauenswürdige. Ja. China schreibt gerade, das Schöne ist, wenn sie nachher meine Videos angucken, sehen sie, dass ich immer die Wahrheit gesagt habe. Ich wäre der Vertrauenswürdigste überhaupt. Ja, ja, ja. Ich habe auch immer die Wahrheit gesagt. Ja, ja, ja. Die Wahrheit spricht gegen dich, oder wie war der Spruch nochmal? Hallo. Hallo. Traitor, Traitor. Ich wollte jetzt mal mit Vorurteilen brechen. Alle auf Valkcry. Alle auf Valkcry. Wo ist Vell? Wo ist Vell? Killed ihn, egal ob er Waffe hat oder nicht. Nein, ich habe doch schon eine Waffe. Jetzt könnt ihr mich nicht mehr töten. Ich habe eine Waffe. Was, wir können dich nicht mehr töten, weil du eine Waffe hast? Ja, du weißt, ich habe eine Spielregel und so. Ich kill dich in dem Moment, wo ich dich sehe, das verspreche ich dir. Mein Robo, Herr. Was? Messer bei mir, Messer bei mir. Bad and Rubble. Ich habe gesagt, ich wollte mit Tradition, scheiße. Nein, ich bin diesmal Eno. Ja, das glaube ich dir nicht, wenn du gleich auf mich losgehst, dann schieße ich dich an. Wer ist denn da schon verletzt? Wer ist denn da schon verletzt? Ich sehe, wer ich dich killen kann. Bad, 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 Crazy. Wer ist denn da schon, da war doch schon jemand verletzt, oder nicht? Bad, Bad, ich verletzt. Jetzt einmal von hinten mit einer Shotgun durch, das wäre schön, aber ich bin ja leider Eno. Ach, Nordisch, du bist das. Das glaube ich dir nicht, das glaubt dir keinen Meter. Ich glaub dir keinen Meter. Sevi, 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 well cry, Eno. Well cry, well cry. Wer hat dir geschossen? Ich muss mal eben ganz kurz, eben, warte mal Sekunden. Ja, ich bin schon die ganze Zeit hinter dir, Crazy, also. Ja, ja, ja. Ähm, Leute, ähm, wann habt ihr das letzte Mal so... Soll ich verarschen? Bad ist tot. Bad ist tot. Bad ist tot. Das ist ja mal ein Name. Ein Name. Nordisch, wahrscheinlich. Der hat nicht nur die Vorherrufe. Ne, 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 ne. Ich stehe hier im, im Gang, bei Crazy. Ja, aber auch gerade er ist. Du stehst nicht bei Crazy, du stehst bei Sevi im Gang. Und ob das Nordisch ist. Du hast ja auf mich geschossen eben, oder nicht? Aber klar. Ich hab keinen Einschluss abgegeben. Ne, ich hab auch keinen gesehen, oder was? Oh! Hier, wer ist es? Äh, Malkaf ist es! Kann ich dir vertrauen? Das frage ich mich jetzt auch gerade. Das frage ich mich aber auch. Malkaf soll es sein. Glaube ich nicht dran. Ich hab ja, wer ist es? Oh! Bell ist in O. Bell ist in O. Bell ist in O. Crazy. Ja. Bin ganz lieb. Bin ganz lieb. Ja, genau. Sag du mal, fahr du mal, lauf und du mal weg. Genau. Und, okay. Malkaf ist da hin, der ist... Ja, nein! Wum schieß ich denn nicht? Run? Ich bin noch da. Okay. Also schießt du denn noch nicht? Komm raus, komm raus! Wir wissen, wer du bist! Nordisch! Nordisch! Ich bin nicht Inno! Ich war tot! Das ist... Du könntest nicht sein, aber ich weiß Inno! Da fall ich nur runter am letzten Drucker. Mal ganz ehrlich, hast du, hast du ein Haustier? Du, wenn das irgendwann mal stirbt, sag ich auch, oh, war wohl Inno. Unglaublich, ey! Das geht dir alle dabei ist, ihr seid so schön in dem Gepübel und ich hab nur von oben in den Sniper geschossen. Ich hab jeder geschossen. Ganz einfach. Ja. Und von Run doch! Ne, Malkaf! Da kann das ja gar nicht sein! Wie kommst du denn auf den Bolzen? Inno stand... Auf Inno. Inno-Run stand direkt vor mir und... und hatte den Kopf... also... Oh, ich hätt ihn so killen können. Nein! Inno-Send. Inno. Ja. Inno. 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 No, no, no. Xyra? Lass... Ich bin ganz lieb... Moment mal... Ich hätt ich jetzt auch gesagt ... ist eben die turtle die turtle grenade in der hand ich bin mir sicher hallo und er war auch ich bin ich bin ich bin ja klar wenn jemand hat die turtle nade dann schieß ich auf den ersten irgendwer irgendwer wer war das ich habe auf dich geschossen ich bin es nicht leute ich bin es wirklich nicht ich bin versprochen irgendwer schießt noch auf mich ich bin es wirklich leute ich bin wirklich nicht ich es ist 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 run leute vertrauen ich bin gleich tot es ist ja natürlich selbstverständlich nein nein krisis ist schon wenn du nicht die dann hol ich dich jetzt dankeschön weil du solltest nicht mit der turtle grenade rumlaufen wenn man nicht sehen kann direkt ich habe gedacht so hat er die jetzt wirklich und dann tatsächlich hat eine schildkröte in der hand und du hast du hast du hast fünf sekunden gebraucht oder acht bis es gemerkt hat ich habe noch darüber nachgedacht ob das wirklich ist ich soll übrigens daran erinnern wer tot ist sagt entweder nichts mehr oder mutet sich ne also weil das nimmt so ein bisschen ausmaße an also ich soll es nur mal daran erinnern ja von wem kann denn diese nette erinnerung aus dem chat ja von wem kann ich nicht viele ganz damit ich weiß wenig lobend erwähnen kann jetzt in der folge ach so gorondo ja der mann der leider nicht dabei ist aber sehr gut ja sehr gut drauf geachtet der aber eigentlich seiner pflicht eigentlich mal aber ich finde es schade dass wir die spiel ohne go also du blöde sack ich darf nicht einmal mit der schildkröte spielen und schüger vermasseln irgendwer irgendwer schießt sie wie sie wie sie wie sie wie auf jeden fall warte mal ich bin im progress die wies oben wie du bist in progress ich bin schon so weit ja auch sie er sie mir doch nicht geschossen da kommt noch runter hier sehen sie wie okay hat das war kurz tschuldigung wer zu was aber so schön angeboten ich konnte nicht widerstehen genau aufmerksamkeit ist was wichtig ist fand ich deshalb noch so schön als zwei sagte ich habe immer noch 1000 kammer und bett gucken auf dein kammer und auf das und vor allen dingen das kammer von maikaf ist auch gar nicht gut bei mir darf man nicht gucken ich weiß dass ich grundsätzlich fehler mache aber ich bin sowas von inno so ich muss jetzt ich werde es jetzt so schlau machen ich warte mit dem schießen bis irgendwas losgeht und sobald der namen weg fällt nur wenn der namen weg hallo kredi nur dann weil bei 20 spielen wäre ich bestimmt zu hallo Mr. Sebi und wie haben wir denn da? Bad in Trouble ist gerade hier wieder bad ja genau das soll ich vielleicht mal erwähnen da läuftst du so verstohlen wieder durch die gegend hier du aua er kommt von mir in die Gegend was war das? er hat da eine granate geschmissen das war nur mit Disse das war nur mit Disse aber wenigstens können wir jetzt die waffen einsammeln ha? du hast da Sebi Sebi ist bei mir Sebi ist bei mir vor dem dem waffen einsammeln ist jemand tot Xyra geh da weg Xyra ist bei mir boah jetzt bin ich schon gleich tot weil ich zweimal in den turm runtergefallen bin ha da ist Xyra pass auf mal kaff ja ich tue aber nichts ich bin ganz lieb ja mal kaffee ja ich bin es nicht das sagen sie alle Vell Vell hat oh Vell hat doch nicht wer ist denn das Vell schießt da Vell? oh ganz ruhig ganz ruhig ganz ruhig wer ist da? ich weiß nicht wer da ist Xyra Xyra es ist mal kaffee gerade genügend na Xyra warum habt ihr denn jetzt auf nordisch geschossen? warum habt ihr auf nordisch geschossen? er hat nichts gemacht er hat nichts gemacht er hat nichts gemacht er hat nichts gemacht das muss ich jetzt aber auch mal fragen ja weil ich gesehen hab dass er was gemacht hat also ich hab auf mich geschossen ich weiß gar nicht was ich gemacht habe random kill random kill wer noch berechtigt aber random kill nix random kill und eine Schüssel vom Weltzweig treffen doch klar die Map ist eigentlich ganz nett find ich